schon wieder die hundies öff öff tit 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 fuck so was ist jetzt so um aus geworden mir kein platz mehr aber eins zwei hübs paarvoll am oben backen ja aber ein schmetterling bitte nicht den abholzen es geht schon bei mir gehen runter seltsam von unserem baumfreund den wieder zu bekommen auch keine ahnung fünf holz brauche ich noch dann können wir noch eine truhe aufstellen und ich habe eben erst mal ein paar blumen geerntet um mein gehirn aufzukriegen ok das war im kreis jetzt aber nicht da oben abgeerntet ok tipp 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 der einde ist ja ein bisschen schlitterhaft mhm ich brauche einen wwlw oki wofür hmmn damit ich mir wieder einen sperr machen kann ah so mit ich war spinn jagen kann die stein okay mit rachen frucht war jeden da tauchen einfach so auf genau wie die kürbisse habe ich auch schon wieder gefunden da gehen die truthen auch dran wenn die frei rum sind oder maulwürfel und du bist blöd ich weiß das sagen viele du hast auch stimmt das kann sein ach so ich habe keine ich will keine fackel bauen ich will keine fackel bauen ich will keine fackel bauen doch was willst du ich will keine fackel bauen ich will keine fackel bauen hi vielleicht irgendwie da reinschmeißen schade ach ja lalalalala lalalalala hat ein rufen kocht aufgemacht strom heis 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 alter mein alter geweckt das ist voll heis meinershelm unter dem fire pit ok brauche ich die andere die andere science machine brauche ich jetzt mal vier mal hast du mich du das bine guck mal abigael alter tu doch was abigael habe ich dich gerade gesagt attacken jetzt fass mal auf guck mal jetzt was abigael macht jetzt guck mal du bist blöde schön was sie macht schön was sie macht du uns verdammt Angriff der Schmetterlinge! Du vertreibst uns vielleicht auch da wieder? Was denn? Das ist doch geil! Ja, Hauptsache wir haben genug Schmetterlinge nach oben. Ja, deswegen. Deswegen ist ne Blumenplantage echt gut. Verzeih hat das nicht gehört. Drecksau. Drecksau. Das macht doch so einfach. Was war denn? So, nix passiert. Alles. Du hast dich verhört. Glaub mal, mein Junge. Ja, ich hab mich verhört. Ja, ja, du hast dich verhört. So, jetzt wollte ich so einen komischen Firepit bauen. Ich wollte den mal ausprobieren. Den baue ich mal auf die... Den baue ich mal hier hin. Du kannst dir auch einen Stock in den Arsch schieben. Das sagst du auch. Nee. Guck mal, guck mal, blaues Feuer. Flächer blaues Feuer gemacht. Ja, ja, ist klar. Flächer blaues Feuer erfunden. Bleib doch nicht stehen. Jagd die doch nicht immer. Die tun dir doch gar nix. Die sie aber haben. Ich glaub nur schon wieder zehn Stück. Okay. Okay. Achso, da kann man kein... Oh. Bitte tada tada. Kann ich jetzt unten nur dieses Nitor reinschmeißen, oder wat? Das ist kaputt. Jawohl, das Nitor kann man da reinschmeißen. Achso, ich kann auch kochen. Einmal Kuki Kuki machen. Auch eine dumme Biene noch, bevor die anderen uns recken. Lol. Soll ich noch mal das Ding anhitten? Hab ich schon kaputt gemacht. Okay. Waren keine mehr drin. Jetzt hab ich auch keins mehr gefunden. Ja, das ist grad das Problem. Ja, das ist grad das Problem. Vorteil wär, wenn wir ähm... ...so'n Gen hätten. So'n Blue Gen. Warum? Ja, warum wohl? Hä? Weiß ich nicht. Um Gears herzustellen. Kühlschrank und ab in den Kühlschrank mit dem Ding. Da leben die länger. Ja, da musst du ja da oben die äh... Gräber ausheben, aber da verbrauchst du gehen, ne? Ja. Mhm. Da kannst du Blue Gems rauskriegen, aber ist auch nicht hundertprozentig gesagt. Ja, ich weiß. Was müde ist, wenn ein Geist da rauskommt. Ja, aber die ganze töten. Ja. Mal spinnen. Hi. Oh, ein Blue Gem. Ich hab ein. Ich hab ein. Nice. Abigail kümmere dich bitte bitte um alle. Ist noch einer? Ich glaub das war sogar nur einer. Weiß ich jetzt grad gar nicht. Mach ich nochmal eine Rezepte rein gucken. Ah nee. Purple Gem ist is das? Na egal. Die Bien sind eh in der Zeit gut. Abigael töte sie alle! Jawoll Und wieviel Monsterfleisch gibt es jetzt diesmal? Vier Dreimal Heilsabe Sechs